Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein ziemlich schnelles Video für euch. Gelesen habe ich das aus den Kommentaren, also immer wieder die Frage, und auch in Instagram wurde mir das des Öfteren schon die Frage gestellt, wie das denn so als Scambator ist. Viele von euch möchten ja gerne sowas ähnliches machen. Die Nachahmung von einem Scambator ist allerdings nicht unbedingt empfohlen. Gründe dafür gibt es verschiedene. Zum einen eure persönliche Sicherheit ist hier der wohl wichtigste Grund. Und naja, man muss halt tatsächlich auch aufpassen, was man tut. Denn wenn ihr im Internet unterwegs seid und euch auf solchen Seiten beabsichtigt in der Masse anmeldet, man muss sich hier drüber im Klaren sein, dass wir hier mit Betrügern zu tun haben und die sich sicherlich nicht darüber freuen, dass wir, naja, deren Zeit richtig schön extrem verplempern. Das kostet alles Geld. Nicht nur das Geld der betrogenen Kunden, sondern in diesem Fall kostet es das Geld der Scammer. Und Geld ist ja bekanntlicherweise Zeit oder Zeit ist bekanntlicherweise Geld. Und das haben die Mitarbeiter von diesen Scammer-Unternehmen eben nicht. Die Mitarbeiter bei diesen Scammer-Unternehmen, die müssen möglichst viele Abschlüsse an einem bestimmten Tag eben schaffen. Da gibt es bestimmte Vorgaben. Und naja, wenn man als Scambaiter, also als jemand, der da Störungen reinbringen möchte, eben um die Scammer aufzuhalten, naja, man ist gerade nicht gern gesehen bei solchen Leuten, wenn ihr denen Geld kostet. Also das ist definitiv kein Spaß. Und wenn ihr euch nun mit eurem Computer über eure Internetverbindung auf deren Webseiten oder auch auf deren Werbewebseiten registriert, wird eure IP-Adresse, also euer eindeutiger Standpunkt und der Standort von eurem Zuhause mitgeteilt. Das gleiche gilt auch im Regelfall für die Telefonnummern, die ihr abgeschlossen habt. Wenn ihr denn verschiedene Telefonnummern abgeschlossen habt. Oder, naja, vielleicht ist es sogar die Telefonnummer direkt von eurem Anschluss. Von der Telekom bekommt man ja automatisch immer gleich drei Telefonnummern zugewiesen. Und wenn ihr dann eine dafür missbrauchen wollt, dann haben die Scammer eure echten Daten. Auch wenn ihr einen falschen Namen angegeben habt. Und, naja, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das gut ist, wenn die wissen, wo ihr seid und vielleicht sogar noch, wer ihr seid. Es gab in der vergangenen Zeit tatsächlich mal einen Scambaiter, bei dem das Auto gebrannt hat. Der sich nicht so wirklich, tja, Gedanken über seinen Anschluss gemacht hat. Und der hat sich wohl auch keine Gedanken darüber gemacht, dass man schnell im Internet identifiziert werden kann. Nicht nur die Polizei hat die Möglichkeit rauszufinden, wo eine IP-Adresse herkommt. Wenn ihr zum Beispiel auf eine ganz normale Webseite geht, wird ja mitgeloggt, wer, wie oft und wann die Person mal auf der Webseite gewesen ist. Also bei vielen Webseiten ist das zumindest so. Und hier wird die IP-Adresse direkt mit übertragen. Und wenn man die IP-Adresse hat, weiß man ungefähr schon mal, aus welchem Ort die Person kommt. Naja, und als Scambaiter möchte man diesen Punkt definitiv nicht haben. Man sollte sich hier möglichst viel absichern. Ich tue das hier zum Beispiel unter anderem mit dem Tor-Browser. Der Tor-Browser ist ein Internetfenster, wie der Firefox oder Google Chrome, aber eher mit dem Firefox zu vergleichen, da der Tor-Browser auf dem Firefox basiert. Der Firefox ist halt nichts anderes als ein ganz normales Internetfenster. Allerdings ist hier eine Software eingebaut, beziehungsweise Software ist, na doch, Software ist schon ganz richtig. Der Tor-Browser ist halt anders konzipiert. Der Tor-Browser, der geht über ein verschlüsseltes Netzwerk, über ein VPN-Netzwerk. Das heißt, geht ihr jetzt mit diesem Tor-Browser auf eine Webseite, wird nicht mehr eure IP-Adresse von zu Hause angezeigt, sondern irgendeine aus dem Tor-Netzwerk, von einem Knotenpunkt. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen sicherer gestalten, um nicht irgendwie aus Versehen doch mal mit dem normalen Internetfenster auf solchen Webseiten unterwegs zu sein, kann man hier ein VPN verwenden. Zum Beispiel den VPN von NordVPN. Also NordVPN ist ein deutscher Anbieter, der eure IP-Adresse eben verschlüsselt und versteckt, dass man nicht rausfinden kann, wer ihr seid. VPNs kann man direkt auf dem Handy oder eben auch auf dem Computer installieren als Programm oder eben auch in den Einstellungen oder vielleicht, wer sich ein bisschen mehr auskennt, kann man die Zugangsdaten direkt in eurem Router auch eintragen. Und sich dementsprechend nur noch über diesen VPN-Tunnel ins Internet begeben. Also dass man immer erstmal, man muss sich das vorstellen, man zieht sich eine Regenjacke an und vermummt sein Gesicht und damit geht ihr raus vor die Tür. Das heißt, ihr werdet nicht mehr als die Person erkannt, die ihr eigentlich seid. Und genau das sollte man mindestens tun, um eben möglichst sicher als Scan-Beta unterwegs zu sein. Es gibt auch noch verschiedene andere Methoden, wie man sich möglichst sicher aufhalten kann im Internet. Öffentliche Hotspots, WLANs, sowas verwenden. Da ist allerdings wieder die persönliche Sicherheit nicht unbedingt gegeben von den Geräten. Mit der Telefonnummer ist es schon das Nächste. Man sollte nicht unbedingt die Telefonnummer nehmen und nutzen, die von eurem eigenen Internetanbieter zur Hose kommt. Denn ja, da ist man auch wieder ziemlich gläsern. Im schlimmsten Fall existiert dazu noch irgendwo vielleicht ein Telefonbuch-Eintrag. Das will man auch nicht haben. Das heißt, man sollte schon überlegen, wie man ins Internet geht. Und man sollte auch definitiv überlegen, was man eben da tut, wenn man hier solche Scan-Baiting-Videos macht. Eins ist klar, ihr müsst aufpassen, was ihr dabei tut. Denn, naja, es ist halt auch nicht ganz ungefährlich. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr noch weitere Fragen habt, diese unten in die Kommentare schreiben. Ich werde sie euch gerne, sobald ich Zeit habe, immer nach und nach auch beantworten. Wichtig ist dabei, in der Kürze liegt die Würze. Ganze Romane sind immer ziemlich schwierig zu lesen. Denn, naja, wenn ich mich hier hinsetze und die Kommentare beantworte, dann, naja, habe ich auch immer nur gewisse Zeit. Und wenn dabei ein Roman ist, kann ich weniger Kommentare beantworten. Das ist natürlich klar. Was dazu führt, dass der ein oder andere Roman vielleicht auch mal überblättert wird, damit ich eben letztendlich alle dran nehmen kann. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr solche Videos unbedingt machen möchtet, euch definitiv darauf vorbereitet. Und nicht einfach drauflos telefoniert und eure Daten da irgendwo eintragt, selbst wenn der Name und Nachname und Anschrift nicht stimmt. Die anderen Daten sollten es auch nicht, also zumindest nicht zu euch führen. Also ist ganz klar, dass man eure Adresse nicht rausbekommt. Ich hoffe, euch hat dieses kurze, knappe Infovideo gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.